Ich würde sagen, erstmal eine Runde Brawl Stars, um in den Tag reinzukommen. Eine Runde Brawl Stars muss wirklich am Morgen sein. Okay, let's go. Den neuen Brawl Stars du auf jeden Fall. Let's go. Wie ist das Licht ausgegangen? Gab es einen Stromausfall oder was? Ich werde das jetzt erstmal schauen. Was ist jetzt los? Was? Oh mein Gott, Mortis, bitte lass mich in Ruhe, bitte. Ich habe noch schlechte Erfahrungen vom letzten Mal, man. Nein, bitte, nein. Jetzt komm. Ich kann nicht mehr. Bitte, Mortis, lass mich bitte in Frieden. Nein, ich bin schon wieder in Brawl Stars. Oh mein Gott. Mann, Mortis, Alter. Warum musst du mir immer alles kaputt machen, Alter? I am a creature of the night. Oh Mann, ich habe dich doch aber letztes Mal besiegt. I am mortified. We shall meet again. Oh mein Gott, zum Glück bist du auch da, der Nita. Oh mein Gott, danke, Alter. Ich weiß echt nicht, was Mortis immer gegen mich hat. Was? Oh mein Gott, ich soll schon wieder drei Aufgaben machen, um aus Brawl Stars herauszukommen. Nein. Was? Die werden noch schwieriger sein als letztes Mal? Betrayal. Oh, okay, was sind denn die Aufgaben? Feel my wrath. My excellence is undeniable. Was? Ich soll alle legendären Brawler besiegen, um eins versus eins? Slice and dice. Wie soll ich das denn schaffen? Bro, der Nita, ich brauche deine Hilfe. Wie soll ich das denn schaffen? Oh mein Gott, ich bin in einer echten Wartungspause, Alter. Was? Ich bin jetzt viel stärker. Oh mein Gott, ich hoffe, es wird wirklich straffes, die ganzen legendären Brawlers zu besiegen. Ich würde sagen, let's go. Oh Mann, Mortis, bitte. Hat es dir jetzt gereicht, dass ich die legendären teilweise besiegt habe? Das sind destroyen. Slice and dice. Mortally wounded. Oh, was? Oh nein, wie soll ich denn ein Bettrennen gegen dich gewinnen? Mortis, the mortal. Was? Es wird noch schwieriger als das letzte Mal? Nein, oh mein Gott. Oh Mann, ja, ich... Sorry, ich kann das Wettrennen nicht gegen dich gewinnen. Bitte gib mir doch noch eine Chance, aus Brawl Stars wieder herauszukommen. Das sind destroyen. Hahahaha. Bear witness to my fitness. My excellence is undeniable. Nein, was? Bitte nicht. Bitte mach das nicht. Es ist so unwahrscheinlich, einen legendären zu ziehen. Ja, bitte. Bitte schenken wir zumindest mehrere Megaboxen. I am a creature of the night, ringer of bats. Nein, was? Mich muss erst freigeschaltet werden. Wie soll ich das denn jetzt machen? Hilfe, Hilfe. Was war denn das? Lukas, was machst du denn da? Was ist denn passiert? Oh mein Gott, Mama. Zum Glück hast du mich gefunden. Du musst versuchen mich in drei Megaboxen zu ziehen. Ich hoffe, du schaffst das. Was? Soll ich dich mit drei Megaboxen ziehen? Okay, klar, natürlich. Mach ich sofort. Okay, let's go, let's go. Fünf verbleibende. Oh. Jetzt habe ich wieder fünf verbleibende. Warten wir mal, noch eine. Jetzt sind das sechs. Ja. Ja, let's go. Ja, du hast es geschafft, Mama. Dankeschön, viel das Glück wirklich. Mortis, habe ich es jetzt wirklich endlich geschafft. Komme ich in die normale Welt jetzt wieder zurück. Mortally wounded, slice and dice. Betrayal. Ja, danke. Lass mich bitte wirklich in Frieden in Zukunft. Betrayal. Gloom and doom. Ja, danke Mama, du hast es geschafft. Und mit der Hilfe von der Dieter bin ich jetzt wieder rausgekommen. Ja, danke. Ja, danke.